In dem Projekt Start Green at School geht es uns darum, eine nachhaltige Begründungskultur an Schulen zu fördern. Wir benutzen dafür den Sustainable Business Canvas, an dem die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte Geschäftsmodellentwicklung erproben können und gleichzeitig sich für Nachhaltigkeit im Schulkontext einsetzen. Dieses Schülergründercamp ist für uns als Vista Management GmbH, als Betreiber eines Wissenschafts- und Technologieparks, eine ganz tolle Gelegenheit, die Schüler in Verbindung zu bringen mit Gründern, in einem Umfeld für Gründer und wir haben total viel Freude daran zu sehen, wie die hier arbeiten und sich entwickeln, ihre Projekte voranbringen. Ich kann das jedem empfehlen, der wirklich Lust daran hat, später ein Startup-Unternehmen zu gründen und man kann eben viel lernen, ob man das wirklich möchte oder auch nicht. Die Zusammenarbeit ist einfach mega, mega motivierend und durch andere Leute und andere Perspektiven bekommt man neue Ideen, auf die man alleine überhaupt nicht kommen würde. Gründer macht Spaß! Grazie! WSQ! 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 Untertitelung des ZDF, 2020